Willkommen! Wir werden uns hier eine anwendungsorientierte Aufgabe anschauen aus dem Bereich Modellieren von geradlinigen Bewegungen, das eigentlich eine Extremwertaufgabe ist. Und hier ist schon die Aufgabenstellung. Am besten auf Pause drücken und in Ruhe diese Aufgabenstellung durchlesen und versuchen zu verstehen, um was es eigentlich hier geht. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass dies erledigt ist und versuche nochmal zusammenzufassen, was am wichtigsten in dieser Textaufgabe zu finden ist. Also in erster Reihe haben wir die Flugrücken für zwei Flugzeuge, die durch diese zwei geraden Gleichungen gegeben sind, G und H. Für den Anfang, eine der wichtigsten Informationen ist die Tatsache, dass dieser Parameter t hier die Zeit in Minuten ist. Das bedeutet übersetzt, dass diese zwei geraden Gleichungen eigentlich Zeit-Ort-Gleichungen sind. Also, dass die Position dieser Flugzeuge im Raum von dem Zeitparameter t abhängt. Außerdem wird uns hier noch gesagt, dass die x3-Koordinate die Höhe über dem Meeresspiegel ist und dass eine Längeneinheit ein Kilometer entspricht. Das ist dann später wichtig für die Angabe des Abstands. Wir sollten die kleinste Entfernung zwischen den beiden Flugzeuge bestimmen. Ich unterstreiche dieses Wort Flugzeuge, weil es sehr häufig bei dieser Art von Aufgaben auch eine ähnliche Aufgabenstellung gibt, wo nicht die Entfernung zwischen den beiden Flugzeugen gesucht ist, sondern die Entfernung zwischen den beiden Flugbahnen oder Flugrouten. Das ist dann eine völlig andere Aufgabe. Und genau an dieser Stelle gibt es eine Verwechslungsgefahr zu einem völlig anderen Aufgabentyp, wo zum Beispiel der Abstand zwischen zwei Windschiffe geraden gesucht ist. Und ja, die Aufgabenstellung klingt sehr ähnlich, allerdings wenn der Abstand zwei Windschiffe geraden gesucht wäre, dann würde hier nicht die kleinste Entfernung zwischen den beiden Flugzeugen stehen, sondern zwischen den beiden Flugbahnen stehen. Dann würde es sich um den Abstand Windschiffe geraden handelt. Um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen, könnte man sich hier die zwei Flugbahnen, die tatsächlich auf Windschiffe zueinander stehen, ungefähr so vorstellen. Und das wären auch die zwei Flugzeuge zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt auf dieser Flugbahn. Wenn man jetzt in diesem Fall von Abstand Windschiffe geraden redet, dann redet man von dem geringsten Abstand zwischen diesen zwei Flugbahnen. Und dieser geringste Abstand, dieser rote Streckensstück, wäre dann senkrecht oder orthogonal zu beiden Geraden. Ihr könnt ja auch anhand der Abbildung nachvollziehen, dass das hier nicht die Stelle sein muss, wo die beiden Flugzeuge den geringsten Abstand voneinander haben. Und deshalb müsste ich hier eine sehr wichtige Schlussfolgerung an dieser Stelle ziehen. Und zwar, die kleinste Entfernung zwischen den beiden Flugzeugen hängt von der Zeit ab, also von diesem Parameter t, und nicht von der Flugroute. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie können wir in diesem Fall, wenn der Abstand von dem Parameter t abhängt und nicht von den Flugrouten, den minimalen Abstand berechnen. Naja, angenommen, wir sehen hier den Augenblick, wo die zwei Flugzeuge den geringsten Abstand voneinander haben. Diesen Abstand kann man sich auch als diese rote Strecke vorstellen. Und natürlich hängt dieser Abstand von der Zeit ab. Deshalb kann man es auch als eine Abstandsfunktion d in Abhängigkeit von dem Zeitparameter t sehen. Um diesen Abstand jetzt verallgemeinert zu bestimmen, bräuchte man praktisch auf dieser zwei Geradengleichung zwei Punkte, die man jetzt so grundsätzlich nicht hat. Aber diese Punkte befinden sich jeweils auf einer dieser Geradengleichungen. Deshalb können wir sagen, okay, hier haben wir einen allgemeinen Punkt g auf dieser Gerade und hier einen allgemeinen Punkt h. Und wenn man die ganze Sache so betrachtet, gibt es einen riesen Vorteil, weil, wenn man zwei Geradengleichungen gegeben hat, kann man diese auch als sogenannte allgemeine Punkte hinschreiben. Damit meine ich natürlich, diese Geradengleichung zeilenweisend zu zerlegen und als allgemeiner Punkt darzustellen. Also unser allgemeiner Punkt g könnte dann die Koordinaten haben, minus 20 plus 2t, das ist die erste Zeile von der Geradengleichung. Also minus 20 plus 2t. Dann die zweite Zeile, minus 60 plus 6t. Die dritte Zeile wäre dann 11 minus 0,5t. Und genau mit der gleichen Taktik können wir auch allgemein diesen Punkt h angeben. Also wir schauen auf die zweite Geradengleichung. Dann die erste Zeile lautet 20 minus 2t, minus 56 plus 6t. Und die letzte Koordinate 8,5 minus 0,25t. Also wir haben jetzt unsere zwei allgemeine Punkte und wie ihr ganz gut, glaube ich, anhand der Abbildung erkennen könnt, ist der Abstand zwischen dieser beiden Punkte genau das gleiche wie die Länge dieses Vektors gh oder hg. Die Reihenfolge ist jetzt nicht von Bedeutung. Deshalb bilden wir auf allgemeiner diesen Vektor gh. Also das würde in diesem Fall bedeuten h minus g. Und ja, dabei musst du ein bisschen aufpassen mit den Koordinaten und mit den Parametern. Das ist halt relativ fehleranfällig. Also, die erste Koordinate von dem Punkt h minus die erste Koordinate von dem Punkt g. Bedeutet das 20 minus 2t, dann kommt Minus. Und am besten setzen wir die erste Koordinate vom Punkt g in Klammer. Beim nächsten Schritt können wir diese Klammer trotzdem problemlos auflösen. Dann haben wir in Klammer hier minus 20 plus 2t. Gut, die zweite Koordinate. Minus 56 plus 6t. Minus, Klammer auf, minus 60 plus 6t. Und die letzte. 8,5 minus 0,25t. Minus, Klammer auf, 11 minus 0,5t. So, und jetzt fassen wir natürlich diese Koordinate noch zusammen. Also, ich tue jetzt gedanklich die Minusklammer hier auflösen und die Zahlen zusammenfassen. Das bedeutet, in der ersten Zeile haben wir dann 20 plus 20 sind 40. Und minus 2t, minus 2t sind minus 4t. Dann in der zweiten Zeile, minus 56 plus 60 sind 4. Und zum Glück 6t, minus 6t, verschwindet. Und bei der letzten Zeile haben wir 8,5 minus 11 sind minus 2,5. Und minus 0,25t plus 0,5t sind 0,25t. Das wäre unser Vektor gh. Um den Abstand d in Abhängigkeit von t auszudrücken, also das, was wir eigentlich hier beabsichtigen, ist es notwendig, natürlich die Länge dieses Vektors auszurechnen. Ja, das wird nicht schön aussehen. Allerdings wird jede einzelne Koordinate hier quadriert und alles zusammengezählt unter dieser Wurzel. Also wir haben dann 40 minus 4t ins Quadrat plus 4 ins Quadrat und plus die letzte Koordinate minus 2,5 plus 0,25t, alles ins Quadrat. Also, spätestens jetzt solltet ihr erkennen, dass ihr hier eine Abstandsfunktion im Abhängigkeit von der Zeit t habt. Und für diese Abstandsfunktion müssen wir jetzt das Minimum bestimmen. Oder andersrum gesagt, der Tiefpunkt. Die erste Frage, die sich an dieser Stelle natürlich stellt, ist vielleicht die Tatsache, wie man so eine Funktion überhaupt ableiten kann. Na ja, es ist eine doppelt verkettete Funktion. Also wir haben als äußerste Funktion die Wurzelfunktion und dann innen drin haben wir jeweils auch noch verkettete Funktionen. Aber das ist ja nicht schlimm. Man könnte tatsächlich auch diese Klammern unter der Wurzel erstmal auflösen, das sind ja beide binomische Formeln. Allerdings, wie ihr gleich sehen werdet, ist das gar nicht notwendig. Das ist eigentlich nur Zeitverschwendung an dieser Stelle. Und das Einzige, was man eigentlich für den Anfang machen muss, ist diese Wurzel umzuschreiben als Exponenten. Und das Ganze sieht dann so aus. Also ich habe all das, was unter der Wurzel steht, in eine große Klammer getan. Und aus der Wurzel wurde eine rationale Hochzahl und zwar hoch 1,5. Und jetzt können wir natürlich die Kettenregel anwenden. Also ich sage es hier an der Seite d' von t. Ja, die Kettenregel lautet offizielle Äußere mal Innere oder Innere mal Äußere. Ich würde jetzt mit der Äußeren anfangen, also mit der Klammer mit der Hoch 1,5. Das bedeutet, 1,5 kommt nach vorne. Dann wird diese ganze Klammergeschichte aufgeschrieben. Also entsprechend haben wir dann 40 minus 4t hoch 2 plus 16. Ja, ihr habt gesehen, wahrscheinlich schon aus der 4 hoch 2 habe ich eine 16 gemacht. Und dann noch die letzte Klammer, minus 2,5 plus 0,25t ins Quadrat. Gut, die neue Hochzahl wäre dann, wenn wir 1 abziehen, minus 1,5. Und dann kommt die innere Ableitung. Das bedeutet, jeder Term hier in dieser Klammer wird jetzt abgeleitet. Und hier brauchen wir erneut die Kettenregel bei den 2 Klammern mit der Hoch 2. Also bei der ersten geht die 2 wieder nach vorne. Dann haben wir 40 minus 4t. Die Klammer hätte dann Exponenten hoch 1. Das müssen wir nicht mehr hinschreiben. Aber die innere Ableitung wäre wichtig. Und das ist eine minus 4, die hinten noch drankommt. Dann die 16 fällt weg beim Ableiten. Und mit der hinteren Klammer wieder die Kettenregel. Also plus 2 mal minus 2,5 plus 0,25t. Wieder hoch 1, das schreibe ich nicht mehr hin. Und die innere Ableitung ist diesmal 0,25. Also, das wäre jetzt ausführlich geschrieben, die erste Ableitung. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie man diesen Term vereinfachen kann, sodass er für die Rechnung brauchbar ist. Zuerst mit den guten Nachrichten. Diese Klammer vorne mit der hoch minus 1,5 kann man wieder unter den Bruchstrich ziehen, als Ganzes. Und dann natürlich wieder als eine Wurzel hinschreiben. Das Ganze sieht dann entsprechend so aus. Also, die 2 hier vorne vor der Wurzel kommen von dieser 1,5, was da vorne steht. Und die Klammer wurde komplett unter den Bruchstrich gezogen. Und dann wieder als Wurzel hingeschrieben. Dann oben im Zähler bleibt ja eigentlich nur noch die innere Ableitung übrig. Und hier müsste man einfach diese Klammern hier in den Term auflösen und zusammenfassen. Um keine Zeit zu verschwenden, haben wir das jetzt schon vorbereitet. Aber ihr könnt gerne nachrechnen. Es kommt genau das hier raus. Und das wäre dann die erste Ableitung, die wir gleich benutzen werden, um diesen Tiefpunkt zu bestimmen. Das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist diese erste Ableitung gleich 0 zu setzen. Und die Gleichung entsprechend nach T umzuformen. Dass es einfacher als beim ersten Blick aussieht, weil... In erster Reihe muss man mit dem Nenner hier durchmultiplizieren. Also mit dieser ganzen Wurzel, die unten unter dem Bruchstrich steht. Und wenn man das tut, dann verschwindet alles. Die Wurzel ergibt natürlich 0 auf der rechten Seite. Und daher haben wir eine sehr einfache Gleichung, die wir jetzt einfach nach T umstellen. Denn wir das rüberbringen. Am Ende noch durch diese 32,125 Teilen. Und damit haben wir schon die Lösung für T. Hier an dieser Stelle wirklich eine unerwartet schöne Lösung. Allerdings gibt es noch ein Problem. Wir brauchen natürlich noch einen Nachweis, dass das ein Minimum ist. Und ja, jetzt die zweite Ableitung dafür zu bilden, wäre, wie ihr seht, Wahnsinn. Deshalb nehmen wir die Alternative. Und zwar, wir versuchen, dieses Minimum mit Hilfe des Vorzeichenwechsels nachzuweisen. Und zwar, das Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung interessiert uns. Also, man stellt sich dieser Lösung, T gleich 10, an der x-Achse oder Zahlenstrahlachse, wie auch immer. Und dann nimmt man zwei Werte links und rechts, nehmen diese 10 und setzt sie in der ersten Ableitung. Ich habe mich jetzt auf der linken Seite für den T-Wert 9 entschieden. Und wie ich bereits dort angedeutet habe, kam was Negatives raus. Und auf der rechten Seite habe ich die 11 natürlich genommen. Da kam ein positiver Wert raus. Das heißt, übersetzt, an dieser Stelle habt ihr einen Vorzeichenwechsel von Minus zu Plus. Und das ist der Nachweis für ein Minimum oder ein Tiefpunkt. Und zum Schluss nur noch ein paar Kleinigkeiten, um die Fragestellung vollständig zu beantworten. Also, in erster Reihe war dieser minimale Abstand gesucht. Das bedeutet, wir haben jetzt einen T-Wert, 10, und den setzen wir in unsere Abstandsfunktion D von T. Entsprechend kommen dann 4 raus. Und das sind in Sachzusammenhang natürlich 4 Kilometer an dieser Stelle. Aber, ihr merkt, eigentlich handelt es sich hier um eine Transferaufgabe zwischen Analysis und Vektorgeometrie. Und in Wirklichkeit ist es wirklich eine Extremwertaufgabe. Und bei Extremwertaufgaben ist es üblich, dass man auch noch die Randwertbetrachtung durchzieht. Und tatsächlich waren in der Aufgabenstellung oben auch Randwerte gegeben. Zur Erinnerung, beide Geraden waren im Bereich 0 bis 20 für die Zeit T definiert. Das bedeutet, wir müssen jetzt am Ende noch diese zwei Randwerte in unserer Funktion D von T einsetzen. Das habe ich jetzt schon vorbereitet. Egal, welcher dieser Randwerte man einsetzt, man kriegt immer den Wert 43,15. Dieser Wert ist deutlich höher als unser Minimum bei 4. Und damit haben wir die Bestätigung, dass das wirklich auch das Minimum ist, beziehungsweise das globale Minimum. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Auch wenn die Zeitortgleichungen bei dieser Aufgabe nur am Rand eine Rolle gespielt haben, ist es trotzdem wichtig, für diese Aufgaben im Sachzusammenhang die Eigenschaften dieser Zeitortgleichung zu kennen. Und vor allem, wie man diese Gleichung auch selbst aufstellt. Außerdem gibt es natürlich unzählige anwendungsorientierte Aufgaben in Zusammenhang mit Modellieren geradliniger Bewegung oder mit Extremwertaufgaben, die für die Abiturprüfung wichtig sind. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.